Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Modern Sky Blog 3. Wir beschäftigen uns heute noch ein bisschen mit Bienen. Ich habe ein bisschen was gebaut, nicht viel, es ging nicht ganz so schnell. Ich habe ein paar Apiaries aufgestellt, wo wir jetzt ein bisschen besser dran arbeiten können. Ich habe schon einmal die Status Queen durchlaufen lassen, sie ist jetzt schon im Prinzip das zweite Mal dabei. Und die Common Queen, die dürfte gleich fertig sein, sobald es wieder Tag sein sollte. Dann können wir da auch mit weiterarbeiten. Sehr schön. Was haben wir sonst noch momentan großartig, was wir bauen können? Das Großartige wäre, wenn wir zum Beispiel jetzt langsam anfangen würden in den Genetic Imprinter, Genetic Sampler. und den Genetic Transposer zu investieren. Genau, da müsste ich jetzt erstmal echt mal gucken. Ich weiß gar nicht mehr genau, was was von denen macht. Also es gibt auf jeden Fall das eine, was im Prinzip die Samples holt, die wir jetzt hier im Prinzip haben. Dann gibt es einen, der Samples und Templates verdoppelt. Beziehungsweise der aus den Samples die Effekte auf die Templates schreibt. Und es gibt noch einen, der im Prinzip die Bienen dann mit den Templates überschreibt. Also das ist im Prinzip, oder das sind so im Prinzip die Sachen, die wir eigentlich haben. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Also wir werden die auf jeden Fall bauen. Dafür brauchen wir, fangen wir erstmal mit denen an, mit den Genetic Prozessors. Dafür brauchen wir einen, hier auch einen und hier zwei. Das heißt insgesamt brauchen wir vier Stück. Uiuiui, ob wir so viel noch haben an Diamonds. 64 sollte wohl noch gerade so passen, war ich brauche noch Redstone und Quartz. So, wie viel kriege ich dann an denen hier jetzt hier raus? Eins, zwei, drei, vier, locker, 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 locker. So, jetzt andere Probleme, was wir glaube ich haben, ist, wir haben gar keine Bronze mehr. Deswegen schnappe ich mir wieder mal mein gut altes Zinn und Kupfer. Und das schmeißt wir hier wieder mal rein, damit das auch schon mal wieder durchläuft. Das geht ja hier an dem Ofen doch relativ zügig. Und verbrauche ich jetzt auch nicht so viel Kohle. So, das kann ich mal ganz kurz hier wegwerfen. Ne, kann ich nicht. Ich brauche das hier auf jeden Fall. Ja, mit 39 werden wir nicht weit kommen. Also Redstone kann ich mir nehmen. Ich weiß gar nicht, ob wir noch Lapis brauchen. Gold könnte es sein. Gold Nuggets könnte es sein. Eisen und Kupfer nehme ich mir auch mal. Also das sollte eigentlich alles reichen, was wir brauchen. Was ist denn das hier? Das sind Bronze Ingots mit einer Glasplatte. So, von denen brauche ich zwei, drei, drei. Insgesamt drei von denen hier. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall 1, 2, 3 von denen. Und dann brauche ich dich einmal. Ach, Glas Paints brauche ich noch. 1, 2, 3. Wahrscheinlich vier gekriegt. Ne, drei. Perfekt. Und dann haben wir die drei. Okay. Jetzt brauche ich ein Power-Modul. Okay. Zwei Power-Module, drei Power-Module. Okay. Dafür brauche ich wieder weitere Bronze. Also ihr seht schon, wir werden wohl nicht drum herum kommen, als dass ich mehr Bronze bauen muss. Das wäre vielleicht nochmal so eine Aufgabe, die ich mir auf den Zettel schreiben sollte. Bronze reinhauen. Ne, eine ganze Menge Bronze. Braucht man für diesen Mod scheinbar ja doch eine ganze Ecke. So, ich brauche hiervon 1, 2, 3, 4 pro Power-Modul. Das heißt, ich brauche mindestens 12. Mach das ganze Bronze schon fast auf. Und dann brauche ich Pistons. So, und dafür brauchen wir auf jeden Fall erstmal Stone und Holz. Und davon brauche ich 6, ne? Insgesamt. Und dann kann ich mir drei von den Power-Modulen bauen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Sturdy Casing brauche ich auch, denke ich mal, drei Stück von. 1, 2 und 3. Ja, logischerweise. Dafür brauchen wir aber wieder weiteres Bronze. Das wir hoffentlich mittlerweile hier wieder teilweise haben. Hier wieder mal auffüllen. Ich glaube, ich brauche auch wieder nochmal Kohle. Muss ich nochmal wieder nachladen. Obwohl, das Ding verbraucht gar nicht so viel Kohle. Das geht. Das hält sich in Grenzen. Oh ja doch. Ich wollte gerade sagen, ich habe das Falsche rausgenommen. Das hält sich echt in Grenzen. Da kann man noch nicht relativ gut mit arbeiten. So, hier nochmal wieder acht Stück. Können wir erstmal schon mal wieder drauf zaubern. So, was kann man als nächstes bauen? Wir haben das. Wir haben das. Wir brauchen noch zwei weitere Sturdy Casings. Das war doch für alle, ne? Nicht, dass ich jetzt irgendwie noch ein anderes Ding brauche. Nee. Alle drei davon. So, jetzt haben wir hierfür haben wir alles. Sonst bis auf die Gears. Hier fehlt noch der Diamond. Den haben wir auch dabei. Für die und da ist noch ein extra Bar. Also alles andere sind dann im Prinzip nur noch Gears. Das schon mal sehr gut. So, das heißt, ich brauche jetzt theoretisch nur eine Menge, Menge, Menge an Bronze. Hier haben wir schon mal wieder 20. Das ist noch nicht ganz so viel. Gucken wir mal, was die Bienen bei den Blumen sagen. Die fliegen hier noch munter, munter weiter. Und, ah, hier die Common Princess ist durchgelaufen. Wir haben einen Offspring bekommen. Das ist sehr gut. Und die andere Drohne, die würde ich ganz gerne mitnehmen. Weil damit können wir dann theoretisch züchten. Und die kann weiter durchlaufen. Was man auch machen könnte, ist zum Beispiel, das habe ich ganz vergessen, das Lifespan Upgrade hier reinhauen. Dadurch wird das Ganze nochmal ein ganzes Stück schneller. Kostet aber auch ein bisschen mehr RF. Können wir uns aber, denke ich mal, doch ganz gut leisten. So, wenn wir jetzt eine Common hier rein tun. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es die Common mit einer anderen, zum Beispiel Water Princess ist. Also eine Common mit einer normalen müsste, glaube ich, die Villagen geben, oder? Die Cultivated, genau, die Cultivated. Lass uns mal ganz kurz gucken. Genau, das ist immer die Common mit einer, genau, Common mit einer vom Standard, von den Standardbienen. Rocky geht auch. Das gibt immer eine Cultivated. Und aus der Cultivated können wir dann mit einer Common zusammen die Nobel machen. Die Noble mit der Cultivated gibt dann die Majestic. Die Majestic zusammen mit der Noble ergibt dann die Imperial. Und da sind wir eigentlich im Prinzip schon an der Stelle angekommen, wo wir hinwollen. Nämlich zu den Imperial Bienen. Den Weg kennen wir auch schon. Den haben wir schon, ähm, ja, den haben wir schon mal, glaube ich, gemacht. Äh, zack, da haben wir die Cultivated. Den haben wir, glaube ich, im letzten Plätz, Let's Play, schon mal einmal, ähm, einmal durch, durchgegangen. Ähm, ich weiß auch nicht, ob ich den jetzt schon theoretisch sonst auch per Hand schon mal weitermachen soll. Ähm, ist jetzt nichts was, was, äh, ok, Korbins, okay, interessant. Äh, was jetzt so großartig neu wäre. Ähm, wie gesagt, es ist eigentlich jetzt im Prinzip hier auf großartig auf, auf Bienen warten, dass sie hier einfach durchlaufen. Ah, ja, das geht schon deutlich schneller. Wobei, wir eigentlich jetzt nicht den hier brauchen, sondern eher den hier. Gerade mal. Deswegen legen wir den einfach mal damit dazu. So. Hier haben wir wieder 56er. Hier können wir wieder ein bisschen davon rein tun. Das könnte doch jetzt schon fast reichen. Das haben wir gut überspielt. So, und das reicht hier, aber sowas von. Wir brauchen bloß 12, ne? Das sollte eigentlich reichen. Dann haben wir den Imprinter. Wir haben den, oh, habe ich, habe ich die Diamonds, habe ich gerade weggelegt, ne? Aus Versehen. Gerade beim reinlegen. Wir haben einmal das Ding und wir haben einmal das gute Ding. Sehr schön. Die haben wir alle fertig. Ähm, er sagt uns aber, glaube ich, noch, questtechnisch brauchen wir noch was anderes. Und zwar brauchen wir noch einmal einen, ähm, drei, einmal Blank Gene Sample und Genetic Template. Okay, das heißt also, von den beiden möchte er ganz gerne, trotz alledem, noch, ähm, welche haben. Das heißt, da müssen wir mal ganz kurz gucken. Ich weiß gar nicht, was die Blank Teile, können wir die eigentlich so sehen? Ähm, hier oben ist zum Beispiel das Blank Teile. Das ist etwas Zinn mit Redstone. Easy eigentlich, würde ich sagen. Zinn mit Redstone. Haben wir eigentlich eine ganze Menge von. Und da können wir auch mal so 16 Stück von eben kurz bauen, oder? 16 Stück sollen eigentlich reichen. Sehr gut. Ähm, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken, was die, wie baut man denn nochmal die Samples? Kann ich das hieran erkennen? Ah, okay. Das ist Zinn, Redstone und Diamanten. Ähm, davon würde ich auch wirklich erstmal nur einen bauen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, das sollte mir eigentlich reichen, um erstmal so ein Grund-Template zu bauen, wo wir den Cave-Modus, den Night-Modus, den Rain-Modus mit reintun. Dass wir so die Standard, ähm, ja, die Standard-Eigenschaften für die Bienen haben. So, und das andere Problem ist noch, ich glaube, ich habe kein Kabel mehr, ne? Kein Stromkabel mehr für die, für die Maschinen. Oder habe ich hier noch was reingelegt gehabt? Ach, wir haben sogar schon ein Sample mal gekriegt, ne? B-Sample, Fastest, ah, Speed. Das ist sehr gut. Das können wir theoretisch duplizieren und dann auf so ein Tempel draufhauen, auf so ein Template draufhauen. Sehr gut. Oh, wir haben auch hier noch ein paar Kisten. Das kann ich mir schon mal mitnehmen. Ähm, gab es eigentlich nicht für Forestry, äh, beziehungsweise für Genistry so Spezialkisten? Da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ob es nicht, ich glaube, ne, die haben wir, glaube ich, woanders reingetan. Äh, da würde ich sagen, wir bauen nochmal eben schnell kurz eine Kiste. Ähm, normale Kiste, ähm, eine normale Kiste, baue ich eine normale Kiste. Theoretisch. Können wir auch schnell, ich weiß gar nicht mehr, äh, wollen wir so eine bauen, so ein Crate? Ja, momentan haben wir überall Crates stehen, ne? Ähm, dann bauen wir doch einfach eben kurz schnell eine Crate. Sind ja jetzt nicht so schwierig zu bauen. Ich glaube, da brauchen wir nochmal vier Kisten für. Und noch ein bisschen normale Planken. Und dann haben wir noch so ein Crate. Dann können wir da erstmal die Samples und, ähm, ja, die anderen Sachen reinpacken. Aber wir haben, glaube ich, kein Kabel mehr, wenn ich das richtig sehe. Außer ich habe es irgendwo anders hingepackt. Hier habe ich auch nicht hingepackt. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, dass es dort hinten hingewandert ist. Aus Versehen. Natürlich nur aus Versehen. Ist es vielleicht hier mit reingewandert? Habe ich das aus Versehen hier aussortiert? Sieht nicht danach aus. Ähm, welche Kiste können die sonst noch benutzt haben? Hier vielleicht etwas Kabel. Ne, da ist noch nichts drin. Gut, das heißt, wir brauchen noch ein bisschen neues Kabel. Da hatte ich schon reingeguckt. Und eventuell vielleicht noch hier. Oder hier. Ne, überall kein Kabel drin. Gut, dann schnell mal ganz kurz eben gucken. Ähm, jetzt muss ich gerade überlegen. Tumble. Da haben wir es doch. Die Ledstone brauchen wir dann. Wie viel brauchen wir dann überhaupt? Das ist mir mal ganz kurz überlegen. Auf jeden Fall Glas. Wir brauchen Led, Redstone. Dann machen wir mal 18. Ich brauche ja auch noch definitiv dann. Ähm, nicht Aluminium, Nickel, Inva. Genau. So, dann machen wir daraus die Hardened Variante. 18 Stück. Und, wupsdiwups, sind die ganzen Sachen weg. Wir haben genügend davon. Na, ich glaube, ich schalte mich erst mal um, wo ich sie hinhaben möchte. Die Frage, setze ich sie jetzt hier direkt daneben? Das würde eigentlich noch passen. So, die Dreierreihe. Ja, das machen wir auch. Dann brauchen wir nicht ganz so viel Kabel zur Verlegung und behalten auch wenigstens so ein bisschen was. Und das Gute ist, ich kann das auch recht einfach hier so anschließen. So, jetzt haben wir den Transposer. Ich weiß halt nicht mehr, welche Maschine war. Ich glaube, das ist das Ding, um Samples zu generieren. Das sieht sehr gut aus. Genetic Imprinter ist, glaube ich, für die Bienen. Und Transposer ist wiederum für die Sachen zum Transferieren. Und so klingt es jetzt erst mal so auf den ersten Anschein. Und dann setzen wir hier im Prinzip die Samples rein. Wobei, das die Dinger brauchen wir hierfür. Und dann brauchen wir noch Genistry. Weiteres Genetics Labware. Davon können wir noch mal ganz kurz eben ein paar bauen. Brauchen wir auch wieder ein paar Diamonds für. Und glaube ich Glas. Und ich weiß gar nicht mehr. Oder Glas Paints. Genau, Glas Paints brauchen wir dafür. Ja, okay. So, dann mache ich auch noch ein bisschen Glas Paints einfach. So, dann haben wir davon auch erst mal genug. Mal 32. Hier nochmal 32. Das ist gar nicht, brauchen wir die hier auch für. Ich glaube, dafür brauchen wir die hier auch. War doch richtig, ne? Genau. So, Genetic Transposer. Der Genetic Imprinter. Okay. Schauen wir mal. Wir können zum Beispiel theoretisch. Könnten wir mal ganz kurz gucken. Also ich glaube, der Transposer. Könnten wir mal. Ups. Sorry. Könnten wir mal hier mal probieren. Und zwar, wenn wir das so machen. Müsste er jetzt jetzt theoretisch das Ding hier einmal verdoppeln. Hoffentlich. Aha, hat er gemacht. So. Denn ich bin hier 100% nicht sicher. Fast, das haben wir hingekriegt. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Wie kriegen wir jetzt das Template hier drauf. Das kriegen wir jetzt so und dann so nicht. Okay. War es der Imprinter? Das macht ja auch keinen Sinn. Wie konnten wir? Ach nee, die konnten wir kombinieren, ne? Die waren kombinierbar. Genau. Jetzt haben wir im Prinzip hier Fastest. Okay. Okay. Perfekt. Fastest, also Speed war glaube ich, wie schnell sie ihre Handicums generieren. Ähm, ja, das ist schon mal mit Fastest eigentlich schon ganz gut. Ich weiß gar nicht mehr was. Ich glaube, Very Fast gibt es vielleicht noch. Keine Ahnung. Also, damit können wir auf jeden Fall schon mal die Bienen auf Fastest setzen. Ähm, wo haben wir eigentlich unseren... Das liegt ja ja noch hier drin. Hier. Ah ja, das Ding liegt sogar noch hier drin. Krass. Acht Honeycrumbs haben wir. Cool. Kann ich mal ganz kurz hier mit dazu tun. Und dann können wir uns mal ganz kurz hier zum Beispiel die Cultivated angucken. Die könnte ich sogar noch mal neu züchten. An der Stelle. So, ich lege die noch mal ganz kurz nach. Hier müssen wir mal einen Hopper verbauen. Haben wir vielleicht noch einen. Einen Hopper, einen Hopper habe ich leider nicht. Dann lasst uns doch eben ganz kurz einen Hopper bauen. Dann können wir die Coombs... Ah, lass mal gleich noch eine zweite Kiste. Die können wir dann oben drauf setzen. Fünf. Oh, aus Versehen ein Block Iron mitgenommen. Das sollte eigentlich nicht passieren. Aber der ist ja auch schnell wieder weggeworfen. So, machen wir das so. Und hier oben drauf. Und dann können wir die einfach so dazu legen. Weil wenn wir unterschiedliche haben, stacken die leider nicht. So funktioniert das aber relativ gut. Die ist auch noch nicht fertig. Ist gerade wieder Nacht. So, und ich wollte jetzt einmal ganz kurz das gute Ding hier einmal scannen. So, das können wir mal ganz kurz sehen. Wir haben hier die Species. Die ist Cultivated. Lifespan ist Shortest. Production ist Fast. Wir könnten jetzt theoretisch Very Fast drauf packen. Pollution, das ist also im Prinzip wie schnell sie Pollen erzeugen. Oder das Flowering, wie schnell sozusagen, falls man jetzt auf einer Graslandschaft ist. Blüten da rum her wachsen. Das ist eine eher uninteressant. Beziehungsweise Flowering ist glaube ich auch noch, kann man glaube ich auch für die Baumzucht glaube ich, ist das auch glaube ich wichtig. Also eher für uns nicht so, also die beiden Punkte sind eher nicht wichtig. Offspring ist noch ziemlich geil, wenn man ziemlich viele Bienen von haben möchte oder halt keine haben möchte. Dann möchte man das gerne natürlich auf 1 haben. Das ist halt für die Automation ganz cool, weil dann hat man keinen Offspring, den man dann, ja den einen der System dann überfüllt. Sondern man kriegt immer nur eine Drohne und eine Queen zurück, tut die automatisch da rein und kann weiter arbeiten damit. Ja und dann gibt es halt noch so Effekte und sonstige Sachen. Also das ist eigentlich eher so ein bisschen, ja nicht so ganz so interessant für uns. Hier gibt es noch die Sachen, was sie an Hitze und Luftfeuchtigkeit und so brauchen. Und das sind eigentlich die drei Punkte, die wir eigentlich noch so dringend bräuchten von den Rocky Beans. Denn auf den Rockies stecken immer Nocturnal, Tolerant Flyer und Cave Flyers im Prinzip drauf. Das heißt also sie fliegen in der Nacht, sie fliegen bei Regen und in Höhlen. Höhlen, okay, ist eher uninteressant für uns, weil wir keine wirklichen Höhlen haben. Wir sind ja unterm Himmel. Aber halt bei Regen und in der Nacht fliegen ist ziemlich geil. Wobei bei Regen haben wir jetzt in dieser Hälfte auch nicht. Es sitzt eher hier der Regen. Ja, gerade ist er aus. Also ist das auch eher uninteressant. Und wenn wir jetzt mal ganz kurz eben gucken. Wir dürften ja eigentlich noch ein paar Drohnen von den Rockies haben. Da könnte ich mal drei Stück von nehmen. Und ich würde die einfach mal jetzt samplen. Soll ich es euch nochmal zeigen? Ich lege die Cultivator nochmal ganz kurz eben weg. Und ich glaube ich mache das nochmal eben kurz. So, da haben wir es im Prinzip nochmal. Hier sieht man jetzt Rocky. Die haben einen Shorten Lifespan. Production ist slow. Alles slow, slow, slow. Die hätten zum Beispiel hier den Offspring auf 1. Aber hier sieht man im Prinzip haben sie hier Nocturnal Tolerance und so. Haben sie alles an. Und das ist so das, was wir ganz gerne haben würden. Weil jetzt aktuell ist es Nacht und es fliegen, ich glaube bloß die hier fliegen gerade aktuell. Diese hier arbeiten nicht. Und auch diese hier arbeiten nicht, weil sie halt nicht in der Nacht fliegen. Und das sind halt so Sachen, die ich ganz gerne hätte. Und deswegen imprinten wir die jetzt mal. Das coole ist, wenn man was imprintet hat und man braucht es nicht. Das heißt also, es ist irgendwas Falsches oder etwas nicht brauchbares, kann man diese Gens einfach dann theoretisch in den Ofen tun und kriegt man wieder ein leeres Sample einfach raus. Das ist sehr cool. Solange man sie halt, wie gesagt, nicht auf so ein Template drauf craftet, ist es eigentlich relativ egal. So, was haben wir hier? Flowers Rocks. Das ist auch ziemlich cool. Weil, da brauchen wir keine Blume mehr, sondern können unseren Bienen sagen, ach, sie stehen lieber auf Gestein und da brauchen wir auch keine Blüten mehr in der Nähe haben. Das ist auch ziemlich gut. Kann man auch sehr gut behalten. Und Effekt None. Okay. Ja, das ist zum Beispiel ein sinnloses Ding. Das Rocks ist gut. Territory Average. Ach, das ist im Prinzip, wie groß die Reichweite ist. Das ist so, ja, das Rocks nehme ich, glaube ich mal. Fast, das haben wir ja schon. Effekt None brauchen wir nicht und Territory, obwohl doch, Effekt None kann man nochmal erstmal behalten. Es gibt nämlich Bienen, die haben negative Effekte und da möchte man vielleicht diesen Negativ-Effekt von runter haben oder man möchte einfach keinen Effekt auf Bienen haben. Also None kann man doch behalten, aber das, lass das Territory auch einfach mal drin. Gut. Gut, leider nicht das richtige Proggt, aber ansonsten passt das soweit. Eine Million Effekt. Also die Dinger haben echt ordentlich Zunder hier. Die vier Millionen, boah. Also die haben richtig Zunder, was die brauchen hier an Effekt. Schon nicht schlecht. Ist schon nicht schlecht. Die brauchen ziemlich gut was auf. Es dauert auch wieder einen kleinen Augenblick, bis die wieder voll sind. Die brauchen zum Glück nicht ganz so viel. Gut. Ich würde sagen, ich werde ein bisschen, wenn ich die Zeit dazu finde, ich muss immer dazu sagen, wenn ich die Zeit dazu finde, werde ich versuchen, die hier noch so ein bisschen weiter zu züchten. Eventuell komme ich schon relativ nah an die Imperials dran. Den Weg habe ich euch ja im Prinzip gezeigt. Also im Prinzip würde man jetzt auch mal eine Common machen, die zusammen jetzt mit einer Cultivate Drone, die wir jetzt schon haben, zusammenzüchten. Und daraus bekommt man dann, ach, jetzt bin ich schon wieder ein zu weit, daraus bekommt man dann die Nobel. Nobel zusammen mit der Cult, die noch einer Cultivate, bekriegen wir die Majestic. Wenn wir dann die Majestic haben, können wir auf die Imperial, falls wir noch eine weitere Nobel züchten. Also ihr seht, der Weg dorthin ist uns bereitgestellt. Und das sollten wir auch dann hinbekommen. Gut, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach ein kleines Däumchen da oder schreibt einen Kommentar. Ich versuche möglichst alles zu beantworten, wenn ich die Zeit dazu finde. Und auf jeden Fall lesen tue ich es, auf jeden Fall. Und ja, in diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin erst einmal. Ciao, ciao. Ciao.